Meine Mutter hat den Kuchen geschnitten. Meine Mutter hat den Kuchen geschnitten. Ich kann den Lärm nicht ertragen. Er rannte in den Raum. Du solltest besser nicht gehen. Du solltest besser nicht gehen. Du bist nicht jünger als ich. Du bist nicht jünger als ich. Hast du jemanden an der Tür klingeln hören? Ich fühlte mich sehr glücklich. Ich fühlte mich sehr glücklich. Ich fühlte mich sehr glücklich. Wir sahen Wolken über dem Berg. Wir sahen Wolken über dem Berg. Wir sahen Wolken über dem Berg. Warum sagst du das? Warum sagst du das? Meine Mutter ist zwei Jahre jünger als mein Vater. Meine Mutter ist zwei Jahre jünger als mein Vater. Er ist immer noch hier. Er ist immer noch hier. Wessen Freund ist das? Wessen Freund ist das? Wessen Freund ist das? Wo warst du diese Woche? Wo warst du diese Woche? Wo warst du diese Woche? Wir hatten es eilig. Wir hatten es eilig. Wirst du zu Hause bleiben? Wirst du zu Hause bleiben? Wirst du zu Hause bleiben? Sie sind meine Klassenkameraden. Sie sind meine Klassenkameraden. Die Schmerzen waren schrecklich. Ich war letzten Monat nicht in der Schule. Ich war letzten Monat nicht in der Schule. Wie viel kostet diese Krawatte? Wie viel kostet diese Krawatte? Es sieht aus wie Schnee. Es sieht aus wie Schnee. Es sieht aus wie Schnee. Seinen Erfolg verdankt er seinen Eltern. Seinen Erfolg verdankt er seinen Eltern. Seine Antwort ist anders als meine. Seine Antwort ist anders als meine. Ich liebe dieses Bild. Ich liebe dieses Bild. Hast du keinen Durst? Hast du keinen Durst? Hast du keinen Durst? Ich bin kein Student. Ich bin kein Student. Ich bin kein Student. Wie ist dein Name? Ich hatte um 19.30 Uhr Frühstück. Ich hatte um 19.30 Uhr Frühstück. Ich hatte um 19.30 Uhr Frühstück. Dieses Haus muss gestrichen werden. Hattest du gestern viel zu tun? Hattest du gestern viel zu tun? Du kannst dorthin gehen. Du kannst dorthin gehen. Du kannst dorthin gehen. Hier regnet es fast nie. Hier regnet es fast nie. Hier regnet es fast nie. Ich bin froh, dich zu sehen. Ich bin froh, dich zu sehen. Ich bin froh, dich zu sehen. Eine Mücke hat mich gerade gebissen. Eine Mücke hat mich gerade gebissen. Eine Mücke hat mich gerade gebissen. Er schien sehr glücklich gewesen zu sein. Er schien sehr glücklich gewesen zu sein. Er schien sehr glücklich gewesen zu sein. Hast du den Roman fertig gelesen? Hast du den Roman fertig gelesen? Hast du den Roman fertig gelesen? Kannst du dieses Problem lösen? Kannst du dieses Problem lösen? Zeig mir eine andere Kamera. Zeig mir eine andere Kamera. Zeig mir eine andere Kamera. Wo ist die Toilette? Wo ist die Toilette? Wo ist die Toilette? Was meinst du damit? Was meinst du damit? Komm heute Nachmittag zu mir nach Hause. Komm heute Nachmittag zu mir nach Hause. Ich spreche nicht gerne in der Öffentlichkeit. Ich spreche nicht gerne in der Öffentlichkeit. Ich spreche nicht gerne in der Öffentlichkeit. Er gilt als guter Arzt. Er gilt als guter Arzt. Er gilt als guter Arzt. Ich schlief ein, bevor mein Vater nach Hause kam. Ich schlief ein, bevor mein Vater nach Hause kam. Er ist ein guter Geiger. Er ist ein guter Geiger. Er ist ein guter Geiger. Wie alt ist dein Großvater? Wie alt ist dein Großvater? Sie wohnt ganz in der Nähe. Sie wohnt ganz in der Nähe. Sie wohnt ganz in der Nähe. Ich bin an kaltes Wetter gewöhnt. Ich bin an kaltes Wetter gewöhnt. Ich bin an kaltes Wetter gewöhnt. Ich gehe normalerweise essen. Ich gehe normalerweise essen. Ich gehe normalerweise essen. Wer ist dein Lehrer? Wer ist dein Lehrer? Wer ist dein Lehrer? Wir möchten heute Nacht hier bleiben. Wir möchten heute Nacht hier bleiben. Ich habe zwei Stunden lang gelernt. Ich habe zwei Stunden lang gelernt. Es liegt an dir. Es liegt an dir. Es liegt an dir. Das werde ich nie verraten. Das werde ich nie verraten. Ich kann gut schwimmen. Ich kann gut schwimmen. Ich kann gut schwimmen. Es war ein großer Schock für mich. Es war ein großer Schock für mich. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Wessen Tasche ist das? Wessen Tasche ist das? Wessen Tasche ist das? Wessen Tasche ist das? Ihr Gesicht wurde rot. Du kannst hier studieren. Sie hat Blumen in der Hand. Er trug eine Tasche voller Äpfel. Er klingelte an der Tür. Er klingelte an der Tür. Er klingelte an der Tür. Was für eine schöne Blume. Was für eine schöne Blume. Es gibt keinen Rauch ohne Feuer. Es gibt keinen Rauch ohne Feuer. Egal wohin du gehst, ich folge dir. Ich bin jetzt müde. Ich bin jetzt müde. Dieser Laden hat viele Kunden. Dieser Laden hat viele Kunden. Tom schwimmt gerne. Tom schwimmt gerne. Ich rief um Hilfe. Ich rief um Hilfe. Ich rief um Hilfe. Der Junge bestätigte gelogen zu haben. Der Junge bestätigte gelogen zu haben. Er scheint ehrlich zu sein. Er scheint ehrlich zu sein. Er scheint ehrlich zu sein. Es wird heute Nachmittag regnen. Es wird heute Nachmittag regnen. Es wird heute Nachmittag regnen. Ich bin es leid zu lesen. Er ist sehr deprimiert. Er ist sehr deprimiert. Englisch ist leicht zu erlernen. Englisch ist leicht zu erlernen. Es ist heute sehr kalt, nicht wahr? 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 Ich werde dich begleiten. Ich werde dich begleiten. Ich werde dich begleiten. Die Preise stiegen weiter an. Die Preise stiegen weiter an. Komm und hilf uns! Komm und hilf uns! Wir alle schwiegen. Ich hoffe, du hast Spaß. Hier sind fünf Stifte. Er hat den Weltrekord gebrochen. Er hat den Weltrekord gebrochen. Der Zug war überfüllt. Der Zug war überfüllt. Der Zug war überfüllt. Was ist in dieser Box? Was ist in dieser Box? Es scheint draußen warm zu sein. Es scheint draußen warm zu sein. Hat der Film schon angefangen? Hat der Film schon angefangen? Das Hobby meines Vaters ist das Angeln. Das Hobby meines Vaters ist das Angeln. Das Mädchen ähnelt ihrer Mutter. Das Mädchen ähnelt ihrer Mutter. Teilen wir die Rechnung auf. Teilen wir die Rechnung auf. Ich schätze, dass sie 40 ist. Ich schätze, dass sie 40 ist. Ich hatte meinen Stift verloren. Ich hatte meinen Stift verloren. Meine Schwester ist kleiner als du. Meine Schwester ist kleiner als du. Da ich durstig war, trank ich Wasser. Da ich durstig war, trank ich Wasser. Warst du schon mal in Tokio? Warst du schon mal in Tokio? Warst du schon mal in Tokio? Das ist ein Buch. Das ist ein Buch. Das ist ein Buch. Offensichtlich liegt er falsch. Offensichtlich liegt er falsch. Offensichtlich liegt er falsch. Morgen wird es schneien. Morgen wird es schneien. Morgen wird es schneien. Er ist ihr Freund. Er ist ihr Freund. Er ist ihr Freund. Mach keinen Fehler. Mach keinen Fehler. Mach keinen Fehler. Ich habe es gekauft. Ich habe es gekauft. Ich habe es gekauft. Ich möchte meine Eltern anrufen. Ich möchte meine Eltern anrufen. Ich möchte meine Eltern anrufen. Ich kann nichts anderes tun. Ich kann nichts anderes tun. Ich kann nichts anderes tun. Wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Dein Fahrrad ist besser als meines. Dein Fahrrad ist besser als meines. Dein Fahrrad ist besser als meines. Wer hat das Fenster zerbrochen? Wer hat das Fenster zerbrochen? Ich will etwas essen. Ich will etwas essen. Ich will etwas essen. Er wurde reich. Er wurde reich. Er wurde reich. Erzähl mir die Geschichte. Erzähl mir die Geschichte. Erzähl mir die Geschichte. Früher bin ich jeden Morgen spazieren gegangen. Früher bin ich jeden Morgen spazieren gegangen. Früher bin ich jeden Morgen spazieren gegangen. Jeder mag ihn. Jeder mag ihn. Jeder mag ihn. Könntest du langsamer fahren? Könntest du langsamer fahren? Könntest du langsamer fahren? Die Katze ist sehr süß. Die Katze ist sehr süß. Die Katze ist sehr süß. Wem gehört dieses Buch? Wem gehört dieses Buch? Wem gehört dieses Buch? Ich möchte mein Konto schließen. Wo ist der Eingang zum Museum? Wo ist der Eingang zum Museum? Wo ist der Eingang zum Museum? Seine Tante sieht jung aus. Seine Tante sieht jung aus. Seine Tante sieht jung aus. Wer kümmert sich um ihren Hund? Wer kümmert sich um ihren Hund? Wer kümmert sich um ihren Hund? Pass auf dich auf! Pass auf dich auf! Pass auf dich auf! Pass auf dich auf! Er wohnt neben mir. Er wohnt neben mir. Er wohnt neben mir. Er wohnt neben mir. Ein Klavier ist teuer. Ein Klavier ist teuer. Ihre Bücher verkaufen sich ziemlich gut. Wann wird das Abendessen serviert? Ist er dein Lehrer? Es spielt keine Rolle, woher er kommt. Es spielt keine Rolle, woher er kommt. Dieses Haus hat zwei Badezimmer. Dieses Haus hat zwei Badezimmer. Dieses Haus hat zwei Badezimmer. Ich habe vor zwei Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Ich warte auf den Bus. Ich warte auf den Bus. Ich warte auf den Bus. Siehst du ihn oft? Siehst du ihn oft? Siehst du ihn oft? Wo werden wir essen? Wo werden wir essen? Wo werden wir essen? Wo werden wir essen? Was ist in der Box? 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 Ich gehe jeden Tag früh nach Hause. Ich gehe jeden Tag früh nach Hause. Ich gehe jeden Tag früh nach Hause. Ich habe ihm gestern geholfen. Ich habe ihm gestern geholfen. Ich kann nicht aufstehen. Ich kann nicht aufstehen. Der Hund hat ein Loch gegraben. Der Hund hat ein Loch gegraben. Ich bin schrecklich hungrig. Ich bin schrecklich hungrig. Ich bin schrecklich hungrig. ihm ging das Geld aus. Ihm ging das Geld aus. Ich will fahren. Ich will fahren. Ich will fahren. Wir dachten, du wärst verheiratet. Auf dem Schreibtisch liegt eine Schere. Auf dem Schreibtisch liegt eine Schere. Jeder Schüler hat Zugang zur Bibliothek. Jeder Schüler hat Zugang zur Bibliothek. Jeder Schüler hat Zugang zur Bibliothek. Das neue Museum ist einen Besuch wert. Das neue Museum ist einen Besuch wert. Du siehst blass aus. Du siehst blass aus. Hast du meine Brille irgendwo gesehen? Hast du meine Brille irgendwo gesehen? Ich habe gestern drei Fische gefangen. Ich habe gestern drei Fische gefangen. Ich habe deinen Brief erhalten. Ich habe deinen Brief erhalten. Ich habe deinen Brief erhalten. Seine Hände waren leer. Seine Hände waren leer. Seine Hände waren leer. Seine Hände waren leer. Wir haben nur wenige Möglichkeiten, Deutsch zu sprechen. Wir haben nur wenige Möglichkeiten, Deutsch zu sprechen. Er ist vor kurzem gestorben. Er ist vor kurzem gestorben. Ich bin sehr froh, dich zu sehen. Ich bin sehr froh, dich zu sehen. Reis und ein Apfel. Reis und ein Apfel. Brot und Wasser. Brot und Wasser. Brot und Wasser. Ein Mann und eine Frau. Ein Mann und eine Frau. Der Mann fährt ein Auto. Der Mann fährt ein Auto. Der Mann fährt ein Auto. Die Frau fährt ein Auto. Die Frau fährt ein Auto. Der Junge läuft. Der Junge läuft. Der Junge läuft. Der Junge läuft. Das Mädchen läuft. Er hat Bücher. Er hat Bücher. Er hat Bücher. Sie hat einen Fisch. Sie hat einen Fisch. Sie hat einen Fisch. Sie haben Stifte. Sie haben Stifte. Sie schlafen. Sie schlafen. Sie schlafen. Sie schlafen. Sie schlafen. Sie schlafen. Er schlafen. Er schlafen. Er schläft. Die Erwachsenen lesen. Die Erwachsenen lesen. Die Kinder rennen. Die Kinder rennen. Der Erwachsene liest. Der Erwachsene liest. Das Kind läuft. Das Kind läuft. Die Frau fährt. Die Frau fährt. Der Mann fährt. Der Mann fährt. Das Mädchen fährt nicht. Das Mädchen fährt nicht. Der Junge fährt nicht. Der Junge fährt nicht. Sie essen Eier. Sie essen Eier. Sie essen Eier. Er fährt ein Auto. Er fährt ein Auto. Er fährt ein Auto. Sie lesen eine Zeitung. Sie lesen eine Zeitung. Sie trinkt Wasser. Sie trinkt Wasser. Der Junge trinkt Milch. Der Junge trinkt Milch. Sie isst einen Apfel. Sie isst einen Apfel. Der Mann isst ein Ei. Der Mann isst ein Ei. Sie essen Sandwiches. Sie essen Sandwiches. Er hat Sandwiches. Er hat Sandwiches. Sie haben eine Zeitung. Sie haben eine Zeitung. Sie haben Stifte. Sie haben Stifte. Schläft er? Schläft er? Ja, er schläft. Ja, er schläft. Schläft sie? Schläft sie? Schläft sie? Mein Haus ist groß. Mein Haus ist groß. Mein Haus ist groß. Schläft sie? Schläft sie? Schläft sie? Schläft sie? Schläft sie? tre? Schlä susceptft,